Und da sind wir auch schon wieder zurück mit Let's Play Drank und sagt, wir werden uns jetzt den Papps annehmen, so, renn hoch und tu Dinger, schreckliche Dinger. Ich bin ruhig. Naja, momentan ist da nichts, also kann ich auch eigentlich reden. Ihr wird ja sowieso nur meine Wunderstelle, ich gebe hören, ja, 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 natürlich. Ach, ist ja nicht süß, wie er da liegt ein Schill, wie er lebt. Du, Magus. Oder noch nicht, scheinbar nur ein Traum, gut. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Kümmern wir uns mal, die Bomni. Er lebt. Hm. What sinister presence lingers in the air? And who are you? Did you want to speak with me? There they are! It's them! You'll be dumb for trying to take Abbott Francisco's life! What on earth? What's going on? Abbott Francisco, Captain Marcello, at your service. Ah, Marcello. Tell me, what's happening? There has been a breach of security. Many of the guards have been seriously wounded. What? I feared you might be in danger, so I came immediately. And sure enough, we caught these criminals. They've been loitering around the Abbey since midday. It seems we were just in time. I thank the goddess that you're safe. Wait, these people are no criminals. Please, holy father. They were caught red-handed. Look into their eyes. See their pure hearts. These people are guilty of nothing. But... Very good. But we must find out what they were doing here in your residence so late at night. At the very least, let us ascertain that. Please. You really are a warrior, Marcello. Very well. If you must. Thank you, holy father. So... Shall we go? Now look here, we ain't done nothing wrong. Yeah. We told you. It was your man who asked us to check up on the Abbot. What right have you to keep us here? The Abbot is too forgiving. If you're innocent, then who attacked my men? I, on the other hand, am not so forgiving. You won't fool me. So don't try. You're confessing... Who is it? You sent for me, Captain. Come in. I have a question to ask you. But there's something else first. We've just arrested these intruders in the Abbot's residence. They were attempting to take his life. They wounded six of my men. Who is it? Very well. The problem is this. My guard is watertight. I make sure of that. There's no way for an outsider to get inside the Abbot. Unless, of course, they have inside help. And would you believe it? When we searched their possessions... We found this ring. Templar Angelo. Where is your ring? Show it to me now. If you have it. It's turned up. Thank the goddess. What? Someone stole it from me at the pub. And it looks like they're about to learn that crime doesn't pay. Stole it? What? You little fiver. We've no use for a ring like that. He set us up. I should have known better than to believe a single word from the mouth of a filthy cheat like you. I have nothing further to say. You can find me in my chambers. Wait! We're not done here. Fine. I'll deal with him later. First things first. You've wasted enough of my time. Don't try my patience. I want answers. What did you plan to do to the Abbot? Confess. How many times have we got to tell you, eh? We ain't got nothing to confess! What is it now? We found a suspicious monster loitering outside the Abbot. What? What kind of monster? What the devil do you think you're doing? Yoohoo! Yangus, Jessica! What are you all doing in here? You were gone for such a long time. I was getting rather worried. Until I just decided to come and look for you when this... Ha 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 ha! So. This monster is a friend of yours then. So much for your pure hearts. What's wrong with you? Unhandled once you insolent ruffian. Get him off me! Du bist mit dem Monster. Du kannst du den Abbot Franziskus beurteilen, aber du hast mich nicht. Es war der Monster, der dich geholfen hat, um den Abbot zu holen und die Abbot zu infiltraten, was er? Du weibst es, heathens. Du denkst, du kannst die Menschen schreien, indem du den Abbot zu töten, hast du? Du kannst sie fragen, ihre Hoffnung, und dann gehen und nehmen die Kontrolle, ich glaube. Geh diese Monstrosities in den Zellen! Kommt morgen Morgen, ich werde dich beurteilen. Vielleicht wirst du dann wissen, die Gravität der Schäden, die du gemacht hast. Dann bis zum Sonnachreise. Schau gut. Wir müssen nur unseren Verstand anstrengen, wenn wir aus dieser Zelle raus wollen. Gefällt euch dir nichts? Ein Kommentar? Was für eine Frechheit! Wir haben nichts verbrochen! Lass uns hier raus! Ich bin kein Ungeheuer! Ich bin ein König! Verflucht sollen sie sein, diese Templer-Fritzen! Weiter geht's! Ich bin keinropel. Schuss! first apologize for before perhaps you will accept this as conciliation what are you up to The guard upstairs might here if you talk now I'll explain later come on Ich mache das jetzt noch fertig und dann gehe ich, ne? Zur Schule? Entschuldige dich, die kleine Unterbrechung. Ich schlafe wie ein Baby. Okay, durch hier. Recht, wir sind hier sicher. Du kannst wieder zu sprechen. Good! Sag uns, was passiert? Welche Ordeale willst du uns durchführen? Wie ich gesagt habe, ich entschuldige mich zuvor. Wenn ich nicht über die Ring überrascht hätte, Marcello hätte ich mich wie ein Schuss. Und ich habe nichts anderes zu gehen, wenn ich hier rausgekommen bin. Aber ich kam für dich raus, nicht ich? Komm schon, keine Angst. Anyway, ich zeige dir etwas, was du nicht gesehen hast. Was ist das? Da! Und das ist wirklich Blut auf diesen Spiken, du kennst. Wenn ich dich da rausgekommen bin, dann würde dein ganzes Körper schlafen werden. Ich könnte dich wunderschön als du, ohne so viel zu machen, wie meine Hande schlafen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wunderschön, zu füllen. Du kannst mich iTunes erwongen? Hier finden hier eine Sch tenant eingeb reca miles. Wie gesagt wurden, nicht schlecht, nicht gut, ey? Ja, ja, dann gehen wir mal hier durch. Das lobe ich mir. Ich hätte nicht mehr für dich mit dir. Es hätte sich zurückgezogen. Der Mann, der dich unterrichtete. Marcello. Er hat mich lieb. Das ist warum ich ihn nicht mehr lassen wollte, bevor ich dir helfen konnte. Das ist alles gut und gut. Aber du wirst noch nicht mit uns aus Adam kennen. Du bist nicht über uns zu sein, dass du mit diesem ganzen Monster bist? Du bist nur bereit, dass wir uns wegziehen, oder? Das stimmt, ich nicht mehr über dich. Und ich war nicht da, als du warst. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass du Leben der Abbot hast. Weil, kurz bevor du in der Interrogation kam bist, das schreckliche Gefühle, die in der Luft warst. Ich muss dich dafür bedanken. Ich bin nicht so schlecht, dass ich dich auszuhalten würde. Und auch nicht, ich konnte mich nicht unterhalten, während eine Frau in der Probleme war. Marcello ist ein ziemlich talentöser Inquizitor, du kennst. Das führt aus. Medea, mein Medea! Du bist sicher. Du bist sicher. Warst du schrecklich ohne mich? Da, da, da. Es ist alles gut. Wir werden das Schreckliche Ort wiederholfen. Die Prinzessin und ich gehen. Wir werden das Schreckliche Ort wiederholfen. Wir werden das Schreckliche Ort wiederholfen. Wir werden das Schreckliche Ort wiederholfen. Die Prinzessin und ich bin hier. Ich bin gut, das schrecklich. Sorry, das ist das Gefallen. Ich kann deinen Kingdomen überlegen, lass dich auf deinen Reisen. oh ja dann gehen wir auch mal ich kann ja jetzt nicht mehr für schief gehen ne habe ich gerade was ich habe mir gedacht gut was da jetzt allerdings los ist werden wir erst im nächsten part von das was ich blotter sagen drücken kurz acht Jahre so wunderschön könnte ich wieder abspeichern und wir sind sondern nicht mal wieder wenn ich immer noch mal